Aldemar HD Toll Hey Leute Oh, ist mein Mikro übersteuert? Das war gerade voll laut, oder? Hey Leute, hier ist Aldemar mit Kenji Ich muss jetzt hier durchlaufen Wir sind an der Kreuzung, jetzt wollen wir nach oben gehen Um dann zu Brink zu kommen Und hier sind überall diese komigen Hitzeschleier Mal gucken, was der, äh, beste war denn der 12? Beste war, achso genau Der Traurige Neil, wie weit ist er denn schon? Ist schon der Stadt angekommen Oh, er ist da, der Traurige Neil Cool Was geben wir ihm denn? Machen wir ihn zum Tank? Ich meine, er ist ein Roboter, warum nicht? Er geht jetzt erstmal, kann er Stärke trainieren? Oh, minus 1, geh erstmal Stärke trainieren Oh, nicht zerlegen Trainieren Mach erstmal Stärke Ist irgendjemand zurückgeblieben? In einem kummigen Hitzeschleier Sturm Alter, und da müssen wir durchlaufen Das wärs ja jetzt Ich glaub, das ist keine gute Idee Guck mal, hier sind überall die Hitzeschleier Das sind schon wieder so kummige Truppen Vielleicht sind diese Reaver auch böse Oder Böse Oder feindselig Heißt das ja eher Die sind böse Ich dachte gerade, das sei so ein Schlangenkopf hier Oh, da geht's los Da kommt was Das sind's Äh, ne sag nicht Ich muss gegen Gegen Roboter kämpfen Wie krass ist das denn? Schwarze Leibeigene Die haben keinen Kopf Leibeigene von Schwacher Leibeigener Meister Jetzt bin ich mal gespannt Jetzt weiß ich, warum wir Schaden gegen Roboter brauchen Oh Mann Zill Zill, komm mal her Ich kann die nur töten, ne? Ne Pferde selber, damit kann ich ja nix anfangen Oh shit Weg da Samuel Splinter Splinter aufheben Schwacher Leibeigener Kann man doch irgendwie erkennen, ob einer von denen besser ist? Irgendein Maestro? Ne, wir gehen hier weg Flappes, komm! Macht sie tot, Leute! Schon wieder neue, glaube ich Guck mal, alles voller Öl Alles voller Öl Alles voller Öl Mann, sind die hartnäckig Toll Snooze Hat Snooze wieder ein Bein verloren? Ne, fast! Wow! Hat grad aufgehört! Woah! Müssen unbedingt hier raus Okay, Snooze ist down Hier, Wiese nimmt Snooze hoch Roni nimmt Exekutor René nimmt Max Ja, lauf den ruhig hinterher, schafft ihr schon Absache wir kämpfen nicht mehr hier Die sehen alle gleich aus, ne? Hier ist keiner irgendwie Special Aber wem... Wem gehört der? Zu welcher Fraktion? Oh man, das wird übel Wir müssen jetzt hier erstmal die Stellung halten Dann kämpfen wir erstmal Oh scheiße Dong! Nein! Oh Leute! Lauft! Oh mein Gott! Ist das übel! So und hier nochmal kämpfen jetzt! Snooze darüber! Oh man ey! Aber eins lernen wir hier! Kämpfen! Atlantis ist down! Report! Du bist auch ständig down! Komm jetzt holst du mal einen! Als Gegenleistung! Kämpft meine Tapferin! Okay Arzt Okay Old Control Tower Müssen wir den vielleicht vernichten? Hocken die da vielleicht drin? Und Oh das ist nicht gut Komm ich geh mal kurz Ach scheiße wir sind alle ziemlich down Wir müssen uns erstmal heilen Fumin und so haben Äh Old Control Tower Das könnte sein, dass das denn ihre Base ist Turm der Misshandlung Oh Das klingt jetzt anders als Turm Old Control Tower Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Streak hat es erwischt! Wir müssen hier raus! Aufheben! Oh! Cooler Soundtrack! Boah! Hier bauen wir die Basin! Beim zweiten Durchgang! Wir sind jetzt erstmal hier raus! Erstmal hier hoch! Ich würde überlegen ob wir da hingehen sollen! Vielleicht kommen die alle da her! Aber ich muss mal durchlesen was ich hier tun muss! Boah ist das übel! Komm wir gehen da hin! Das ist gut! Das war eine gute Idee! Wir laufen gerade zurück! Das ist auch voll bescheuert! Wir müssen nach Brink! Wir müssen da hoch! Wir müssen da durch! Ich mein beim Old Control Tower können wir uns bestimmt ausruhen oder? Oh Gott! Da kommen sie wieder! Weiter kämpfen Männer! Es können nicht unendlich Truppen hier unterwegs sein! Oh Gott! Macht sie alle Platz! Okay! Ganz lange sind die nicht so krass! Ich würde trotzdem gerne müssen über die herkommen! Das ist interessant! Die beste Bande! Komm wir gehen jetzt gucken was in diesem Turm ist! Ich bin jetzt schon hier jetzt da nicht rein zu gucken! Es ist hohl! Was gibt's doch nicht! Gibt's doch nicht! Gibt's doch nicht! Ey Niki Mura hat's alleine geschafft! Niki Mura! Mura! So! Aldemar! Abschweichern und dann gehen wir gucken! Aber ich bin immer noch ziemlich down! Warum heilt mich denn keiner? Was ist denn noch hier Arzt? Egal wir haben noch Medizin beim Dingens! So Aldemar! Gehen wir mal gucken! Hab schon gespeichert! Keine Ahnung! Dreck nochmal speichern! Es ist niemals zu spät! Vielleicht werden die von hier aus gesteuert! Weißt du das? Stell ich mir jetzt mal gerade so vor! Oh sie wohnen hier auf jeden Fall! Alter was bauen die hier? Generator! Meister der Leibeigenen! Ahahaha! Allemar an Angriff! Er schafft es ein paar Larsen vorbei und ein Mensch glaubt er sei unbesiegbar! Oh da! Wer ist das? Der falsche Schreimeister Leibeigner! Boah! Oh Gott! Oh Gott! Das wär auch ein geiles Thumbnail! Schlaft das schon Aldemar! Streng dich an! Der Rest kommt jetzt! Angriff! Rennt erst mal vorbei! Und jetzt geht's los! Hier bleiben wir erstmal! Boah! Das nenn ich grün! Es ist zu schnell als dass wir irgendwie gucken können was hier los ist! Wo ist dieser Meistertyp? Da ist der! Im Ernst! Ponk! Mach die Augen auf! Du hast viel Zeit an dieser Werkbank verbracht! Wer ist denn Ponk? Oh! Ruka wollte irgendwie vorbeilaufen! Wurde direkt gecached! Ach! Der ist auch gleich da! Das muss der Typ erstmal gefällt werden! Was ist wenn ich die kaputt mache? Scheiße! Der Zeit sitzt! Oh! Er ist down! Zill! Ah! Scheiße! Zill ist down! Er hat irgendeine tolle Waffe! Oh! Es ist ne! Oh! Boah! Alter! Was willst du mehr Fumin? Nee! Fumin ist ja Katana! Jetzt seh dir das Schmuckstück mal an! Komm Simi kriegt das! Nee Simi kriegt noch ne Armbrust! Keck! Kang! Tim, Archie! Komm wir geben das nem Tank! Guck mal hier! Voltrocks! Voltrocks kriegt die! Wer hat das denn jetzt nochmal? Wo ist Voltrocks? Ich kann es mal wieder laufen lassen! Voltrocks! Müsst ihr doch aufheben! Äh! Wer nimmt den? Tim! Nimm mal bitte! Den Hannes hier! Oh! Voltrocks! Wo bist du denn? Wir stellen den dich mal hier hin! Handeln! Stimmt! Ich habe ihn ja noch gar nicht fertig eingekleidet! Der Voltrocks ist ja jetzt auch Tank! Da! Cool! Da wollt die Voltrocks! Guck mal! 1,54! Geil! Auf einmal finde ich die Legenden! Ich will nicht wissen wie viele Legenden Waffen nicht! Äh! Hier ist der andere! Ponk! 20.000 Kopfgeld! Wer hat das ausgesetzt? Die Heilige Nation und die Vereinigten Städte! Okay! Müssen wir jetzt trotzdem auch mitnehmen! Boah! Geil! Das müssen wir auch mitnehmen! So! Gucken wir uns mal um! Oder? Das müssen erstmal alle geheilt werden! Ich bin ja auch wieder immer noch im Eimer! Auf mich heilen sind zuletzt! Ich bin der Anführer der Glorreiche! Ich will der Erste sein! So! Toll! Wir sind beschädigt! Beschädigte Ware! Autotransport! Müssen wir jetzt erstmal hier bleiben! Das ist ein Paladin der Heiligen Nation! Was ist denn hier los? Sind die jetzt hier gespawnt? Schwacher Leibeigner! Wollen wir gehen mal gucken! Alter! Was ist denn hier alles? Lol! Wir brauchen hier oben ein Tier! Drücke! Drücke! Oh! Lol! Ey, das hat es hier mal gelohnt! Was? Scheiße! Ich brauche irgendeinen mit Raum! Zill! Zill ist wieder da! Zill, bitte nicht humpeln! Sehr gut! Zill ist wieder da! Steiner, du bist ausgesortiert! Wäre schön blöd gewesen, nicht hier hinzugehen! Mondsichel! Äh, beschädigtes Buch! Wir nehmen alles mit! Stromkern! Skelettmuskel! Komm, wir sammeln! Skelettmuskel! Skelettmuskel! Ach ne! Entschuldigung! Entschuldigung! Was ist das denn hier eigentlich? Roboter-Teile! Äh... Ah! Oh! Ich hab doch gehofft, dass hier noch mehr ist! Skelett-Schredder! Meine Güte! Reparatur-Teile sind auf jeden Fall super! Viele elektrische Komponenten hatten die aber nicht mehr! Ah! Herr Aldemar, machen sie mal hier auf! Das noch mehr! Oh man, das ist ja voll wertvoll! Endlich finden wir sowas auch mal! Muss man ganz viel aufmachen! Hier sind voll viele gute Sachen! Tiere! Dong und Rodelwille, kommt mal bitte hoch! So! Oh! Sie haben auch jemanden eingesperrt! Wer ist das? Agnu! Agnu! Beruhig dich! Er beschlägt wütend gegen den Käfigen um sich! Wer bist du? Wie bist du in diesem Käfigen gelandet? Dein Gehirn wurde wohl gebrutzelt! Armer Kerl! Er sieht dich an! Start dich wütend an! Oder start ins Leere! Dann kann man sich nie... Bei uns kann man nie wissen! Oh! Die müssen wir freilassen! Ich weiß nicht, ob man ihn reparieren kann, bevor er hops geht, aber... Zill, kannst du ihn reparieren? Stark! Nö! Aufmachen! Guck mal! 63%! Kann schon ein gutes Schloss sein! Aber es ist nicht! Guck mal! 63%! Vielleicht kann man irgendwie eine CPU-Einheit einsetzen oder so... Aber es ist das nicht so schön! Und würde ich noch etwas als noch zurückkeinen! Ich glaube, ich bin immer sehr schön! Was? Egli! Ich bin nicht der Schwozart. Einmal coleggen! Es ist nicht so einfach safe! Mmm! Ich bin leer! Ich habe so viele Schwozart! Ich bin ich von dir! Jetzt ist mal gesilles! Dann versuchen wir es mal. Es kann sein, dass er ein bisschen eine Quest ist oder so. Aber Aber Es ist uns! Wir haben noch einen Roboter und ich dachte, es gibt nur einen. Guck mal, wie cool der aussieht. Jetzt haben wir schon zwei. Ist das krass. Boah, ist das gut. Wo sind die blöden Gnus? Ich wollte schon Gnus sagen. Okay. Erstmal alles hier rein. Zack, 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 zack. Wir überhalten das mal alles. Wer weiß, wofür wir das mal brauchen. Ich glaube, das brauchen wir für gar nichts. Preiseflag. Eine Art oder Technologie, womöglich schnell zu erleben, ein Skeletz oder so. Oder so steht auch dann da drin. Das ist auch gut. Zill. Oh, lol. Drei KI-Kerne. Und ich habe nur einen gekauft bis jetzt, ja? Nur Dachi. Ist aber auch ganz gut, oder? Hast du eine zweite? Alter, ist das krass. Das haben wir uns verdient. Sogar ein Körperteil. Alter, guck mal, wie viele KI-Kerne hier sind. Alte Schatzkarte. Da. Das merken wir uns mal. Und das auch. Die beiden sind Schatzkarten. Oh Mann, ist das gut. Ist das cool. Jetzt fühle ich mich gar nicht mehr wie so ein Noob, der einen Mod benutzt muss wie ein KI-Kern. Wir haben uns noch einmal einen gekauft. Und ich glaube, ich könnte jetzt einen wegwerfen und den Mod runterwerfen und sagen, hey, guck. Gut, ich habe mir halt diese uralten Schriften geholt. Aber selbst jetzt haben wir mehr, als ich fast gekauft habe jemals. Das ist ja krass. Eine schwere Jitte. Ist auch cool. Wir sind hier noch nicht durch. Lass mal kurz einen. Ist jemand gestorben? Nee, ne? Okay. Alter. Lololololololololololololololololololololololololololololololololol. Jetzt müssen wir den aber mitnehmen, den Skelettman. Geh dich mal ausru... Ähm, Dings mit dem Skelettman. Der kriegst jetzt... Komm, wir geben ihm mal die Jitte. Ah, er ist jetzt der Jitten-Kämpfer. Ach, komm, wir geben ihm die Mondsichel. Wir brauchen was gegen Roboter. Ja, sonst haben wir nix, ne? Wir können doch, weil es ein Arm kaputt ist. Sonst haben wir nur billige Kleidung. So, jetzt müssen wir nochmal genau gucken, weil kann sein, dass wir nicht in alles gut reingeguckt haben hier. Also, zack. Okay, das check. 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 Okay. Ich war leider gründlich. Kann man nichts mehr machen. Zahnräder. Ist aber sonst nichts, was ich machen kann. Also. Hier ist sonst nichts. Ich weiß halt nicht, woran das, wo wir die jetzt. Die freien Städte. Sind das denn auch die freien Städte? Wo wir jetzt hingehen? Das weiß ich halt nicht. Da müssen wir so oder so hin. Also, die haben, glaube ich, die ganzen Roboter hier gebaut. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Kann ich mich hier auf dem Bett ausruhen? Hey, cool, das geht. Ups. Wollen die denn alle hin? Oh. Wollen alle nach oben? Na toll. Wie können wir denn... Wer ist denn hier am schleichesten? Corinne ist down. Oh Gott. Naja, wir müssen runtergehen. Wir müssen die alle aufsammeln, die zu langsam sind. Außer der Alderman. Der muss sich jetzt mal hier ausruhen, solange wir hier warten. Äh. Zu wenig Essen haben wir auch. Das heißt, wir müssen... Wir haben noch nicht mal die Hälfte des Weges. Ich hoffe, wir überleben das irgendwie. So, Niki Moa muss aufgehoben werden. Von... Keck kannst du laufen? Keck kann laufen. Niki Moa, Keck. Aufheben. Agnu nimmt mal Nein. Voltrux nimmt mal René. Thorsten wird genommen von Atze. Äh. Thorsten. Archie nimmt Flapis. Immer noch nicht unbedingt. Ich weiß. Rachel Piep ist auch noch nicht mal down. Ich bin bewundert. Ich bin bewundert. Carla. Carla war auch immer toll. Nein, nicht handeln. Aufheben. Und Treppen mit Max. Oh Mann, ist das übel hier oben. Dong. Dong. Bist du irgendwie kaputt? Dong ist kaputt. Toll. Okay. Müssen wir Dong jetzt holen. Okay. Von... Steiner. Oh. Boah, ich bin erschrocken. Steiner. Ich glaube, wenn es schnell ist, finden die sowieso weniger gut den Weg, oder? Runter mit dem Steiner. Absetzen. So, Alderman, der Beste, komm mal runter. Boah, wir müssen jetzt unbedingt weiter. Ich speichere ab. Leute, da muss ich mich auch verabschieden. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Kenji. Es wird spannend. Es ist gerade ziemlich cool. Meine Güte. Also, bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute. Deine Güte. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020